Die armenischen Eisklowns, Harry Zakarian und Akob Manukian. Die armenischen Eisklowns, Harry Zakarian und Akob Manukian. Die armenischen Eisklowns, Harry Zakarian und Akob Manukian. Der Wurfachse, gekonnt, dargeboten von Akob. Die beiden als Einzelläufer mäßig erfolgreich. Die waren einige Male bei russischen Meisterschaften an den Start, aber konnte international nie in Erscheinung treten. Die haben ihre speziellen Talente entdeckt und seit 1991 leben die in New York, arbeiten nebenbei als Trainer. Den Sommer verbringen die meisten Teils in Sun Valley, dem amerikanischen Nobel-Skiort in den Rocky Mountains. Und Akob berichtet stolz einmal schon, Arnold Schwarzenegger Eislaufunterricht gegeben zu haben. Aus die beiden zumindest mit dem Versuch des Doppelachs, aber ich glaube in den Kostümen würde da so ziemlich jeder Schwierigkeiten haben. Ari Zakarian und Akob Manukian. Die beiden werden wir gleich nochmal wiedersehen. Im zweiten Teil, hier sehen wir nochmal in der Zeitlupe den Doppelachse. Akob mit etwas vor Unglück der Landung. Ari begnügt sich mit dem einfachen. Wir zeigen Musik aus einem Musical Evita. Wie spielt Evita? Sie fassen so aus. Und er spielt den bösen Präsidenten der Runde. Ansonsten haben wir Darlene Becker und André Dostanti.